Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Sword Art Online Lost The Song Und ihr seht, Kirito hat sich ganz schön verändert. Nein, es ist natürlich nicht Kirito, und zwar ist das der schwarze Lotus Und zwar haben wir ja in der letzten Folge den schwarzen Lotus gesehen und der hat uns ja ein bisschen destroyed, weil er auf Level 1000 war Und ja, wir wurden ziemlich destroyed und ich bin dann einfach mal hier reingegangen, um ein bisschen zu speichern Bin dann hier reingegangen und plötzlich stand da, ja du kannst jetzt den schwarzen Lotus in deine Party hinzufügen Hier seht ihr sie mal, ja nein, das wollte ich eigentlich nicht Und zwar wollte ich folgendermaßen machen, ja sie kann natürlich auch ihre Emotions machen Im Kampf werde ich sie mal irgendwann zeigen, aber jetzt nicht, wir wollen ja einige Sachen machen noch Die wir noch mit Kirito zu erledigen haben in Sachen Quests mit Charakteren Deswegen werde ich das noch machen Ich werde sie euch jetzt ganz kurz zeigen, aber wie gesagt, im Kampf werde ich sie euch später mal zeigen Sie ist übrigens der schnellste Charakter des kompletten Spiels Sie ist fast doppelt so schnell als die normalen Charakteren Das ist vor allem das Besondere an ihr und sie hat auch noch einige andere Besonderheiten Und zwar in ihrem Kampfsystem Wie ihr seht hier, sie hat überhaupt gar keine Magie-Skills Das ist auch etwas, was sie besonders macht Und dann hier, das sind, okay, das sind ihre Kampf-Skills, die werde ich aber später noch machen Ihre Passiv-Skills und das sind ihre Attacken-Sternen-Sturm Ja, habe ich auch schon gemacht Und hier Lichtgeschwindigkeit, was das alles ist, das werde ich euch später zeigen Und die anderen Attacken kennen wir größtenteils von Kirito Sie hat übrigens nur, sie kann rein theoretisch anscheinend auch ein Händerschwert machen, okay Aber sie kämpft größtenteils mit Doppelkling Und ihre Ausrüstung ist Herold und Herold Hier, das ist das hier Ich glaube, das ist sogar das stärkste Schwert des Spiels, oder? Kann das sein? Oder einer des stärksten Schwerter des Spiels Ah ne, das Schwert habe ich auch schon selber Da habe ich aber auch schon auch bessere gefunden, wie die hier Aber ich werde ihr einfach jetzt mal das lassen Ja, wegen kann ich es ihr auch rein theoretisch geben Und sie hat übrigens nur das Normal-Outfit Im Kampf werde ich ihr später zeigen Hier kann ich euch mal zeigen Wenn ihr hingeht, dann hier auf Charaktere Und dann ist hier ganz unten der schwarze Lotus auf Level 600 Nur mal ganz kurz gezeigt, wie gesagt Im Kampf werde ich euch sie in einer anderen Folge zeigen Da werden wir noch eine spezielle Folge machen Ich weiß ja noch, dass Seven und Sumagi irgendwie noch spielbare Charaktere sind Habe ich gehört, dass es noch einen irgendwie anderen spielbaren Charakter gibt Das werden wir alle später machen Ich möchte jetzt hier die Overworld komplettieren Da müssen wir hier hin Ich hatte schon wieder Ich habe wieder Ich hoffe, ich würde gerne mit den Quästen zusammenarbeiten. Was ist das so? Okay, wir gehen zusammen. Was ist das so? Natürlich, ich bin großartig. Ich habe mich von Raine geholfen, aber es ist nicht möglich. Danke. Was ist das? Was ist das? Das ist... Das ist ein Mensch. Mensch? Was ist das? Oh, ich dachte, ich dachte, es ist es schwierig. Nein, ich dachte, es ist nicht so, aber ich denke, ich denke, ich denke, es ist ein Mensch. Aber ich denke, ich denke, es ist nicht nur ein Mensch. Was ist das? Es ist nicht einfach so schwierig. Es ist einfach so schwierig. Es ist einfach so schwierig. Ich denke, es ist einfach so schwierig. Aber ich denke, es ist schon ein Mensch. Es ist so schwierig. Oh, warum ist das so schlimm? Ich denke, es ist ein Mensch, wie es die Hide-Skill für die Reine-Kaumake. Ich denke, es ist nicht so schwierig. Es ist kein Mensch, wir haben keine N-P-C. Es ist einfach so wichtig. Aber ich denke, es ist kein Mensch. Soll ich ihn bekommen habe, war es gut. Dann lass uns erst mal anrufen. Kirito-kun, komm her! Ja, das war's. Der Startplatz ist hier, aber... Oh, da sind NPCs da. Das ist wirklich. Der Held. Achso, er weiblicht doch, er lacht. Ich bin der Held. Ich bin auch ein Kind von Seck, um den Roba Seck zu finden. Roba Seck? Ich habe das nicht gehört. Ich bin auch ein Kind von dem Geist in der Welt. Das ist ein Kind von Valdor. Das ist alles der Roba. Was ist das? 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 Okay? Was ist das? 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 Cool? Was ist das? Was ist das? Was ist das?